Und wir haben Finanzminister Blümel natürlich in die ZIB2 eingeladen. Er hat uns leider abgesagt. Die Vorwürfe, Hintergründe und mögliche Folgen bespreche ich jetzt mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt Georg Krakow, auch Vorstand von Transparency International. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lorenz Titelbacher. Und mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Krakow, der Finanzminister sagt, die Vorwürfe seien in ein paar Worten aus der Welt zu schaffen. Wenn sie denn in ein paar Worten aus der Welt zu schaffen wären, wären sie dann nicht schon aus der Welt? Es weiß auch eine Staatsanwaltschaft am Beginn eines Verfahrens natürlich nicht alles und nicht den ganzen Sachverhalt. Und bei einem Verfahren wie diesem, glaube ich, wenn der beschuldigte Finanzminister bekannt gibt, dass er an der Aufklärung mitwirkt, dann kann man zwei Dinge sagen oder auch zwei Dinge erwarten. Einerseits, dass alles getan wird von Seiten des Finanzministers, dass er zur Aufklärung beiträgt. Und auf der anderen Seite von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass sie hier auch mit einer besonderen Beschleunigung vorgeht, um diese Vorwürfe aufzuklären. Für Gernot Blümel gilt die Unschuldsvermutung, das ist klar. Er wird allerdings nicht als Verdächtiger geführt, sondern als Beschuldigter. Können Sie uns zu Beginn einmal den rechtlichen Unterschied definieren? Was ist da anders? Ich kann es versuchen. Die Definition ist im Gesetz leider völlig missglückt. Ein Beschuldigter ist man dann, wenn die Staatsanwaltschaft aufgrund bestimmter Umstände den Verdacht hat, dass man eine strafbare Handlung begangen haben könnte. Und ein Verdächtiger ist man dann, wenn die Staatsanwaltschaft keine solchen bestimmten Umstände hat, aber trotzdem ein Verfahren führt. In der Praxis ist der Unterschied nicht relevant. Der einzige Unterschied ist, dass bei einem Beschuldigten, wenn das Verfahren eingestellt wird, ein Fortführungsantrag gestellt werden kann und bei einem Verdächtigen nicht. Ansonsten werden beide gleich behandelt. Es ist allerdings ein sehr seltener Vorgang, dass bei einem amtierenden Minister Peter Vilsmaier eine Hausdurchsuchung durchgeführt wird, dass er als Beschuldigter geführt wird. Alle Oppositionsparteien, wir haben es schon gehört, fordern daher den Rücktritt. Von Gernot Blümel, der Finanzminister selbst, sagt, das wird er sicher nicht tun. Es bleibt aber natürlich die Frage der Optik. Der Finanzminister hat die Aufsicht für das Glücksspiel, also Novomatic natürlich als Glücksspielkonzern da auch dabei. Kann er denn unter diesen Umständen sich so freispielen von diesen Rücktrittsaufforderungen? Sicher nicht. Natürlich ist eine politische Diskussion über den Rücktritt logisch. Es geht nicht um die rechtliche Unschuldsvermutung, die richtig und wichtig ist. Und man muss natürlich juristisch diese Unschuldsvermutung auch leben und ehrlich meinen, also nicht als leere Worthülse, um jemanden de facto gleich im Vorhinein zum Schuldigen zu machen, verstehen. Aber, Sie haben es angesprochen, es ist der Bundesminister für Finanzen beziehungsweise das Finanzministerium zuständig für die Glücksspielbranche, für strategische Entscheidungen, für internationale Zusammenarbeit, für staatliche Beteiligungen. Und das Finanzamt Österreich ist darüber hinaus noch die Aufsichtsbehörde für die Abgaben zuständig und auch für die Erteilung von Konzessionen. Wenn da also der Vorwurf lautet, die Bestechlichkeit durch einen Glücksspielkonzern, dann ist natürlich die Frage der Unvereinbarkeit und der Handlungsfähigkeit zumindest im Raum stehend. Und die Opposition fordert ja auch dementsprechend den Rücktritt. Sie fordert ihn, aber Blümel sagt eben, er wird nicht zurücktreten. Hat die Opposition damit jetzt dann ein Dauerthema oder ist es eher ein Problem für Sie, wenn Blümel im Amt bleibt? Es ist eine gute Frage, was eigentlich Wunsch und Wirklichkeit bei der Opposition ist. Oberflächlich betrachtet fordert sie den Rücktritt und wird ihn nicht bekommen. Der Wunsch wird also nicht erfüllt. In Wahrheit ist die Opposition aber vielleicht zufrieden, wenn Blümel im Amt bleibt, denn man hat dann einen geschwächten Minister, der weiter angegriffen werden kann. Schon Ende November des Vorjahres hat Gernot Blümel unter allen 15 Regierungsmitgliedern die drittschlechtesten Vertrauenswerte gehabt laut APA-OGM-Vertrauensindex. Man kann vermuten, damals war die Tendenz schon rückläufig, dass sich das auch noch weiter verschlechtern wird. Und die Opposition könnte ja auch einen Misstrauensantrag im Parlament gegen Minister Blümel stellen. Er hat vielleicht wenig Mehrheitschancen und die ÖVP wird das nicht unbedingt besonders kratzen. Aber die Grünen wären ein weiteres Mal im Dilemma, denn die haben gerade zwei Misstrauensanträge gegen Innenminister Nehammer mit sehr viel Verbiegen abgelehnt, gemeinsam mit der ÖVP. Da würden sie vor der nächsten Herausforderung stehen, obwohl sie auch vom Finanzminister vielleicht nicht vollends überzeugt sind. Der Finanzminister, Herr Krakow, hat heute um 18 Uhr ein kurzes Statement abgegeben. Er hat in diesem Statement gesagt, es habe fix keine Spenden von Novomatic an die Bundespartei gegeben und fix auch nicht an die Wiener Landespartei. Danach gab es keine Fragen mehr. Also die Fragen, ob das eventuell ein naher Verein begünstigt worden sei durch Novomatic, das ist offen geblieben. Kann das also, was die Antwort, die der Finanzminister heute gegeben hat, die vollständige Antwort auf die Vorwürfe sein? Das weiß ich natürlich nicht. Aber man muss zwei Dinge rechtlich strikt unterscheiden. Das eine ist die Frage der Parteispenden, also ob es eine Parteispende gegeben hat oder nicht. Grundsätzlich sind Parteispenden auch von Unternehmen in Österreich erlaubt. Und das zweite ist, ob es einen Vorgang gegeben hat, wo eine Parteispende oder ein Angebot einer Parteispende verknüpft wurde, jungtimiert wurde mit dem Wunsch nach einer Amtshandlung. Das wäre dann der Bereich, wo wir in das Korruptionsstrafrecht abgleiten. Und das hat die WKStA jetzt zu ermitteln. Das wird also ermittelt, da haben wir bisher noch keine Informationen. Was wäre denn rechtlich anders, wenn ein Unternehmen an eine Partei spendet oder wenn sie an einen parteinahen Verein spendet? Grundsätzlich ist das gleichgültig. Es kommt eben stark darauf an, ob die Spende deswegen erfolgt, weil man sich von einem Amtsträger gleichsam eine Amtshandlung kaufen möchte. Also ob man eine Zuwendung macht, damit der Amtsträger ein Amtsgeschäft durchführt. Wenn das der Fall ist, dann ist der Tatbestand der Korruption praktisch schon verwirklicht. Wenn es eine solche Kausalbeziehung nicht gibt, dann nicht. Wir haben Peter Vilzentmaier vor nicht allzu langer Zeit intensiv immer und immer wieder über die Aussagen des einstigen FPÖ-Obmanns Strache gesprochen, der auf Ibiza ja laut darüber gesprochen hat, dass man Parteispenden am Rechnungshof vorbeischleusen könnte. Das wäre damals rechtlich möglich gewesen und heute ist es das ja eigentlich immer noch. Wir erleben eine fortgesetzte Tragikomödie, die Parteien und das liebe Geld. Komödiantisch ist der Teil mit dem SMS, denn ich habe mir unseriöses Lobbying bis hin zur möglichen Korruption ein bisschen anders vorgestellt, als dass da einfach SMS geschickt werden. Aber das ist nun das Problem für Finanzminister Blümel und war es ja auch für den ehemaligen Vizekanzler Strache, aber es ist nach wie vor so, dass Sanktionen fehlen für Parteivertreter, also Vorsitzender oder Generalsekretär und Geschäftsführer, wenn sie Spenden an die Partei oder an parteinahe Vereine einfach nicht angeben. Der Rechnungshof kann nach wie vor nicht überprüfen, was in den Konten der Parteien eigentlich geschieht. Das machen Wirtschaftsprüfer, die aber von der Partei ausgesucht werden. Also all das sind Dinge, so kann ich mich als einfacher Steuerzahler gegenüber dem Finanzamt nicht verhalten. Für Parteienvertreter ist das durchaus möglich. Im Extremfall wäre es vielleicht sogar sanktionslos, wenn man mit dem Rechenschaftsbericht, der übrigens auch verspätet ohne Sanktion sein kann, an den Rechnungshof einen Zettel beilegt, wo draufsteht Edge. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, das könnte also auch falsch sein. Herr Krakow, ich habe es schon gesagt, Sie sind auch Vorstand von Transparency International. An welchen Schrauben müsste man denn drehen, damit man nicht alle paar Jahre wieder drüber spricht, ob denn in Österreich am Rechnungshof vorbei Parteispenden, verdeckte Parteispenden eventuell gemacht worden hätten sein können. Also immer wieder diese Spekulationen. Was könnte man wirklich effektiv dagegen tun? An zwei Schrauben, Frau Lorenz-Dittelbacher, glaube ich, müsste man vor allem drehen. Das eine ist das Parteiengesetz und das andere ist das Strafgesetzbuch. Im Parteiengesetz müsste endlich eine effektive Kontrolle der Parteifinanzen durch den Rechnungshof ermöglicht werden. Im Übrigen, das würde ja auch durchaus zur Entlastung dienen können, wenn der Rechnungshof Einblick in die Parteifinanzen hat. Das ist aber bislang nach wie vor nicht geschehen. Das zweite ist das Strafgesetzbuch. Hier wurde diskutiert, jetzt inzwischen auch schon über ein Jahr, dass die Korruptionsdelikte zu ergänzen sind, um eine Strafbarkeit von Kandidaten, also von Personen, die sich um Ämter erst bewerben. Diese Diskussion ist durch das Ibiza-Video losgebrochen. Sie ist auch zunächst auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber bis heute gibt es noch keine Regierungsvorlage und keinen Entwurf, der dem Parlament zugeleitet worden ist. Und das ist inzwischen ganz unabhängig von diesem Fall hier höchst an der Zeit. Schauen wir mal, was da in den kommenden Monaten und Jahren passiert. Peter Filsmein noch abschließend zur Gesamtperformance der Bundesregierung. Es gibt derzeit massive Kritik an mehreren Regierungsmitgliedern, unter anderem am Innenminister, am Gesundheitsminister, an der Wirtschaftsministerin. Dazu eine türkis-grüne Verstimmung über den Asylbereich. Wie stabil ist denn die Bundesregierung in Zeiten der Pandemie derzeit? Zunächst einmal hat die seit 2017 türkise ÖVP ein schwarzes 2021. Die Arbeitsministerin ist schon zurückgetreten. Mit Rücktrittsaufforderungen ist der Finanzminister konfrontiert. Da muss man natürlich abwarten. Im jetzigen Stadium glaube ich nicht, dass ein Rücktritt wahrscheinlich ist. Er hat es ja auch schon ausgeschlossen. Nur sollte das Verfahren bis hin zu einer Anklage gehen, dann wird er sich nicht auf die Unschuldsvermutung berufen können, die wir vorher angesprochen haben. Das ist rechtlich dann immer noch korrekt. Aber nach dieser Logik könnte dann auch Karl-Heinz Grasser noch Finanzminister sein. Denn auch da gibt es kein rechtskräftiges Urteil. Und diese Vorstellung ist dann politisch doch bizarr. Aber es stehen auch weitere Fragen im Raum. Was ist mit Nationalratspräsident Sobotka und dessen Verhältnis zum Glücksspielkonzern Novomatic? Auch da gab es viel Kritik. Die Wirtschaftsministerin ist nicht rechtlich relevant, aber mit einer in den Sand gesetzt setzten Million Euro beim Kaufhaus Österreich konfrontiert. Und bei den Grünen, da entsteht zunehmend der Eindruck, wir bleiben mit der ÖVP zusammen, weil das alles andere noch weniger attraktiv erscheint. Neuwahlen, der Weg in die Opposition womöglich, weil man dann nicht mehr in einer Zweivariante jedenfalls mehrheitsfähig ist. Das ist nicht gerade eine tolle Basis für die Regierungszusammenarbeit und das in einer Corona-Pandemie. Bitte viel zu mir, Georg Krakow. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.